Airdrops sind Kryptowährungsgeschenke, die du völlig kostenlos erhalten kannst. In diesem Video zeigen wir dir, wie wird der Erhalt von Airdrops und der spätere Verkauf versteuert. Ein Airdrop ist ein Kryptowährungsgeschenk, das ihr auf verschiedenen Plattformen erhalten könnt. Das kann zum Beispiel ein Discord-Channel sein, ein Newsletter, für den ihr euch ursprünglich angemeldet habt oder einfach andere Tokens, die ihr besitzt und dann einen weiteren Token geschenkt bekommt. Aber auch bei Airdrops solltet ihr vorsichtig sein, denn oftmals sind Dinge, die zu schön klingen, um wahr zu sein, dann auch wirklich nicht wahr. Ein Airdrop ist per se kostenlos, es gibt also kein Investment und damit kein Investitionsrisiko. Allerdings solltet ihr vorsichtig mit Scams sein. In Wirklichkeit wollen nämlich vermeintliche Anbieter von Airdrops oft nur eure Kryptowährungen stehlen. Deswegen passt auf vor Phishing-Webseiten, prüft die URLs auf den Webseiten, versendet niemals eure Seeds, Private Keys oder Passwörter oder sogar eure Kryptowährungen über das Internet. Passt auf, auf welche Links ihr in Discord klickt und passt auf, mit welchen Webseiten ihr eure MetaMask Wallet verbindet, sodass diese nicht leergeräumt werden. Aber wie werden Airdrops in Deutschland eigentlich versteuert? Wie immer unser Disclaimer, diese Inhalte dienen allgemeinen Informationszwecken und sind nicht dazu gedacht, Steuer-, Rechts- oder Buchführungsberatungen zu ersetzen, noch besteht jegwelche Gewährleistung für deren Richtigkeit. Alle Links, Referenzen und steuerliche Quellen und Verweise findet ihr unten in der Beschreibung. Ein Airdrop ist ein Geschenk von Kryptowährungen und eine Schenkung ist in Deutschland steuerfrei. Das gilt allerdings nur, wenn es sich auch tatsächlich um eine Schenkung handelt. Das heißt, der Airdrop darf mit keinerlei Gegenleistung verbunden sein. Liegt eine Gegenleistung vor wie einen Kauf, den ihr tätigen musstet, dann unterliegt die Einnahme nach § 23 Absatz 1 Nummer 2 des Einkommenssteuergesetzes der Einkommenssteuer. Nach dem jüngst erschienenen BMF-Schreiben des Bundesfinanzministeriums handelt es sich bei den Airdrops beim Zufluss um eine Anschaffung. Und das hat eben zur Konsequenz, dass der spätere Verkauf der Einnahmen innerhalb der Haltefrist von einem Jahr über der steuerlichen Freigrenze der Einkommenssteuer unterliegt. Wenn ihr noch Fragen zu Airdrops oder anderen steuerlichen Kryptothemen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten lasst uns ein Like da, klickt auf den Subscribe-Button und klickt auf Notifications. Denkt bitte immer daran, dass die Abgabe einer Krypto-Steuererklärung genauso verpflichtend ist, wie die Steuererklärung über das eigene Einkommen und die Nicht-Abgabe strafbar sein kann. Und so einen Steuerreport, der Airdrops und andere Transaktionen beinhaltet, könnt ihr in wenigen Minuten auf www.chain.report erstellen. Dort könnt ihr einfach per API-Anbindung eure Transaktionen einpflegen und der Steuerreport kann mit einem Mausklick generiert werden.